In diesem Sinne, hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn Ladies und Gentlemen, während die Pokémon noch ein bisschen auf der Trainingsbank ausharren müssen, damit wir dort irgendwie endlich mal zu einem Erfolg kommen, werden wir uns heute zu diesem Feierabend einfach mal gemeinsam durch den Kuchen rollen. Das hat irgendetwas Perverses wie auch gleichzeitig sehr geiles an sich. Ich wünsche euch damit hoffentlich viel Spaß und um den Spaß noch ein bisschen herauszukitzeln, werde ich mich jetzt einfach an das Online-Game wagen, um euch zu zeigen, wie funktioniert das, wie sieht das aus, macht das Spaß, ärgert es, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und natürlich, um mich verlieren zu sehen, das ist doch das, was wir alle sehen wollen, also ihr zumindest, ich eher weniger. In diesem Sinne, Ladies und Gentlemen, viel, viel Spaß und let's play bei Kirby's Dream Buffet. Das war's für heute. So, wir haben das nämlich vor ein paar Tagen schon mal angezockt und haben deswegen jetzt auch diese geile Sahnehaube oben auf dem Kopf, Freunde. Wir wählen uns direkt gleich ins Hauptmenü reinrollen und werden einfach direkt gleich ein Online-Spiel wagen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde schon mal gut, dass hier gleich sofort ein Hinweis kommt. Das liebe ich einfach an Nintendo. Es ist damit sehr, sehr kindgerecht gemacht und sehr auf, hey, pass auf, Sicherheit und, und, und. Das lieben wir. So, andere Spieler werden deinen Spielernamen sehen, wenn du online bist. Es ist auch möglich, dass du gegen computergesteuerte Gegner antrittst. Ja gut, in diesem Sinne. So, ich bin sehr gespannt. Vielleicht haben wir auch gar keine Spieler, ne? Ich meine, so lange gibt's das Game ja noch nicht, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube schon, dass wir da jetzt ein paar Gegner finden werden. So ein bisschen hat's irgendwie aber auch Paper Mario-Vibes, oder? So, Spielersuche. Ich bin sehr gespannt. Wir spielen gegen Chefe. Oh, ich hab Angst. Was genau müssen wir jetzt tun? Uh. Also, wir können auch kommunizieren. Pfandkuchen, Teestunde, Schokofontäne, allerlei vom Grill. Oh Gott, was ist denn das für ein krasses Outfit? Ich hab ja Angst, dass ich gleich schon wieder verlieren werde. Shirley. Waddell-Duo. Ich, ah, ich hab richtig Angst. Das sind bestimmt schon die übelsten Pros hier am Start. Hä? Wie ist das? Senkrecht einfach rauf. Boah, Pancakes, Freunde. Ultra gut. So, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es funktioniert. Aber ich bin ein bisschen Gelee. Ah, fuck. Es läuft gerade noch nicht so gut, glaube ich. Aber ich find's schön, dass wir so ein paar Möglichkeiten haben. zu kommunizieren. Auch das kennen wir ja von verschiedenen Nintendo Games tatsächlich so schon. Oder kennen wir schon von einigen Nintendo Games. Das, ja, ja, ja. Ja, macht's intelligent. Der lässt die anderen arbeiten und sammelt in der Zwischenzeit hinten noch ein paar Erdbeeren ein. Das ist natürlich klug. Müssen wir vielleicht auch machen, die Taktik. Nee, dass die Antwortmöglichkeiten einfach immer so ein bisschen vorgegeben sind. Die man hat, um zu kommunizieren. Was halt auch wieder so diesen Sicherheitsaspekt einmal mit betrifft, ne? Oh, ich bin Gelee. Ich bin Gelee. Fui, jawohl. Da ist ne Brezel. Da ist Burress wahrscheinlich. Oder Ahornsierb oder irgendwas. Wahrscheinlich auch nicht gut. So, ich weiß überhaupt nicht, wie es jetzt steht. Oder sind das Jelly Beans? Sieht voll so aus, oder? Boah, krass. Wär's denn hier jetzt schon so übelst schnell gewesen? Und vor allem hat er ja auch die ganzen 50 schon weg. Okay, ich bin richtig gespannt. Wow. Also ich bin ja mal übelst schlecht. Was müssen wir machen? Ah ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Alles klar. Ah, es sind so viele. Ah ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wir müssen möglichst als erst an den Schalen sein. Und ich krieg's gerade schon wieder nicht gebackener. Also, Sheffield, der zockt vielleicht einfach auch so den ganzen Tag, ne? Das kann ja auch sein. Echt, der hat mich so schlecht an. Mann, ich hab gefühlt drei Erdbeeren gerade mal bekommen. Weiß ja, wer verlieren wird. Aber das haben wir ja von vornherein gesehen. Das war mir schon fast klar. Okay, ladies and gentlemen. Ich bin auch echt langsam, ne? Aber vielleicht kennen die die Strecken ja auch einfach schon so ein bisschen. Und hier, guck mal, Schokolade hält auf. Ah. Folgen wir Chefe? Wir müssen uns ein bisschen die Taktik von ihm abgucken. Ist halt gerade an so Keksstellen. Das merke ich mir. Keksstellen. Hä? Wie ist denn der da durchgeglitscht? Ah, mit dem Gelee vielleicht. Kann Jelly da durchglitschen? Müssen wir hoch? Ich glaube nicht. Aber oben gibt's wahrscheinlich ein bisschen. Wait. Aha! Gelee kann durch, durch. Kekse durch. Aber warum hat er denn die ganze Zeit konstant Gelee? Äh, Gelee. Wie schafft denn der das? Ach komm, ich will nicht 50. Ich will nicht 50. Ich will... Lass mich da rein! Himmelarsch! So knapp, ne? So knapp vor den 50. Also das war wirklich jetzt eine knappe Nummer. Huch. Huch. Ich freue mich des Lebens, aber wir werden trotzdem verlieren. Aber ich bin immer in die gute Zweite, glaube ich. Oh, wir sind jetzt auf dem Grill, Freunde. Wir sind einfach auf dem Grill. Boah! Oh, stimmt. Hier müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht vom Würstchen fallen. Ne, allgemein, dass wir hier... Ja. ...und sich ganz so schlecht anstellen. Ah! Und vor allen Dingen auch nicht runterfallen. Hui, jawohl! Eins, zwei, 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 eins! Nein! Boah, ich habe jetzt gerade richtig viel verloren, ne? Ach, nö! Feuerball 2. Ach, verdammt! Weißt du, da willst du andere Leute mobben und dann... ...komm, komm, komm, komm! Schütt die Erdbeeren aus! Ach, ich habe die ganze Zeit einen Tornado. Und ich setze ihn nicht ein. Boah, Freunde! Was ist das? Wait, 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 wait! Yes! ...küßt die Erdbeeren aus! Okay, das ist die Erdbeeren aus! Aber wir haben verloren! Wir müssen dem jetzt auch mal ins Auge sehen! Ich bin Zweite! Damit bin ich tatsächlich zufrieden! Damit bin ich sehr zufrieden! Aber das ist halt krass, ne? Gefühlt! 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 ...einfach das Doppelte! So, Kategorie Orange erhalten! Sehr, sehr schön! Ein Musiktitel erhalten! Gruß aus der Küche! ...Kirby's Dreamland! Oh! Also, es gibt also auch so ein paar Charaktere. Pass auf! Wir haben jetzt mal gesehen, wie das online funktioniert. Ich glaube, wir werden uns vielleicht erst noch ein bisschen mehr mit Strecken vertraut machen. Und... Oh, was ist denn das? Der Cupcake hat was! Wait! Aber was hat er? Äh, Credits ansehen? Ah, die Credits! Ja, gut, dass von vornherein einfach gleich meine Karte dann wieder aussetzt. Das sind die Leute, die das fabriziert haben, Freunde. Müssen wir uns doch auch mal angucken. Ein andermal! So, ja. Ähm... Wir gucken jetzt mal, ob wir... Uh! Ah, die kann ich auch hier aufessen? Ich kann die Deko aufessen. Ich lieb's. Passiert dann irgendwas, wenn ich die Deko aufesse? Also, ich muss auf den Keks rauf. Oh, wir können Torte dekorieren. Ach, jetzt verstehe ich. Das sind Kekse. Ja, dann gib ihm alles ran. Alles ran, Pappen. An die G... An die Torte. Wenn wir es schon mal haben, pass auf, dann werden wir bei den Kostümen jetzt mal gucken. Also. Waddle-Ti-Assistent finde ich ja auch charmant. Aber da gibt's, glaube ich, noch viel coolere Outfits, die wir alle noch nicht freigespielt haben. Freies Rollen hatten wir auch schon. Pass auf, wir gehen nochmal ins ganz normale Menü. Und werden in den stinknormalen Kampfmodus reingehen. Mich hat jetzt einfach tatsächlich interessiert, wie der Online-Modus ist. Wir werden jetzt einfach im normalen Modus mal ein bisschen trainieren. Äh, pass auf. Das Gourmet Grand Prix hatten wir ja das letzte Mal schon. Pass auf, wir werden jetzt einfach mal... Wobei, das Gourmet Grand Prix beinhaltet ja genau alle diese drei Kategorien, ne? Pass auf, dann gehen wir ganz normal ins Gourmet Grand Prix. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Auch mit dem zweiten Tagesmenü. Wir sind mal wieder auf den Biskuitrollen. Es gibt Dessertkuchen und den Rest konnte ich gar nicht mehr lesen, weil... Bei Biskuit hat es sich mir schon alles zusammengezogen. Aber es ist eine andere Biskuitrolle, als wir schon mal gesehen haben. So, pass auf, wir müssen uns jetzt mal ein paar Taktiken zurechtlegen. Weil wir waren ja schon auf einer Biskuitrolle, aber ich glaube, das war eine andere. So, weil... Die Krux an dem ganzen Spiel ist natürlich... Möglichst viele Erdbeeren auf dem Weg einzusammeln. Aber möglichst als Erster hier in diese ganze Geschichte hinten am Ende anzukommen. Weißt du? Das heißt, man muss es irgendwie so intelligent anstellen, dass man... Uah, natürlich nicht runterfällt. Nichts auf dem Weg verliert. Nicht an den Keksen irgendwie dumm hängen bleibt. Weißt du, wie ich meine? So. Weil jetzt könnte man zum Beispiel die anderen hier mal machen lassen. Und genau dann einsteigen, wenn die den Keks hier erledigt haben. Kann natürlich gut sein, kann aber auch hinderlich sein, wie du siehst. So, bei Schokolade müssen wir echt aufpassen. Ich glaube, ich nehme jetzt schon mal Gelee. So, weil jetzt laufen wir Gefahr, dass wir nicht unbedingt als Erster in die 50 reinkommen. Siehste? Das ist nämlich dann die Gefahr, wenn man zu langsam ist. Hä? Nee. 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 So, pass auf. Ist so ein klassisches Ellbogen-Spiel. Ich sag's ja nur, ne? Also, pass auf. Möglichst am schnellsten bei den ganzen Erdbeeren sein. Brauchst du natürlich auch jede Menge Glück. Und darfst keine faulen Früchte erwischen. Aber es ist doch nicht vorbei. Wir können das Ding vielleicht doch rumreißen. Oh, es sieht alles einfach so lecker aus, Freunde. Ich hab jetzt Bock auf Kekse, ne? Ich sag's ja ungern, aber ich habe Bock auf Kekse. Ah, das Level haben wir da gerade eben schon mal. Mich interessiert nämlich auch rauszufinden, wie viele verschiedene Level es allgemein gibt. Oh, das ist gut. So läuft das. Vernünftig. Gut. Einfach hier drunter durchrollen. Weil ich glaube, am Ende zählt halt, wow, wirklich effektiv, wer zuerst bei der 50 ist. So, Fork. Scheiß Keks, Alter. Geh weg. Und wie will die anderen Spieler natürlich aus... Aus... Raus mobben. Oh, da ist eine 5. Lass mich zu 5. Funktioniert. Funktioniert. Vielleicht. Pass auf. Da ist noch eine 5. Aber da ist ein bisschen Butter. Bei der Butter musst du aufpassen. Pass auf. Die Brezel. Was macht die Blaubeere? Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man andere Früchte irgendwie zu sich nimmt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, siehste. Da wäre doch eine in der Mitte gewesen. So. Wir haben jetzt zumindest immer die 50 erreicht. Aber ich weiß, wir spielen jetzt auch gegen CPUs. Kann ich auch raus und in die anderen noch rein? Oh, hier kommen ja noch welche dazu. Wenn man lang genug wartet, kommen immer noch mal welche runter. Oh, wie cool ist denn die Geschichte? Siehste, so kannst du nämlich dann am Ende aufholen. Und das Hauptgericht. Oh, das sieht auch lecker aus. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Oh. Und es geht um Erdbeeren. Bei der Schokolade müssen wir halt echt aufpassen. Oh, wie ein Cupcake, ne? Aber der Cupcake lohnt sich gerade noch gar nicht. Yeah, jetzt hätte er sich gelohnt. Oh nein, hier ist schon wieder diese hessische Grillzange. Das gibt es doch nicht. Nimm diese kacken Grillzange weg, Alter. Nö. Nö. 20 hat mich das gekostet. Fork. Schon wieder die Grillzange. Die Grillzange verfolgt mich. Nein, nein, nein. Die Grillzange hat mich. Also, das ist wirklich so ein Spiel, was man mal gefühlt alles verändern kann. Nein, schon wieder die Grillzange. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nimm jemanden anderen. Nein. So, der Tornado ist jetzt hier einfach mal richtig gut. Noch ein Tornado, bitte. Das wäre krass. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und er ist schon wieder kurz vor dem Platz, ne? Er sagt zwar, er findet es köstlich, aber er ist einfach kurz vor dem Platzen. Der arme Kirby. Er tut mir wirklich leid. Und da ist das Signal weg. Das tut mir auch leid. Oh, am längsten geschwebt. So eine Bono finde ich tatsächlich auch noch geil. Was? Oh. Ja, ich würde sagen, schon wieder verloren. Und das ist jetzt noch nicht mal online. Oh, wie cool. Kirby Burger. Das finde ich auch geil. Wobei dieses Sahne-Sahnteil aus seinem Kopf finde ich auch sehr, sehr süß. Ja, wir werden, glaube ich, vielleicht erst mal ein bisschen was freispielen. Pass auf, wir spielen jetzt noch ein Event. Donuts, Törtchen, Torte. Schach, was denn? Schach, Musterkuchen. Also jetzt haben wir nichts Herzhaftes. Jetzt ist alles süß. Jetzt ist alles süß. Mich würde auch interessieren, ob es dann irgendwie mal so eine Übersicht gibt über alle Torten und Level. Boah, sieht das gut aus. Äh, warum ist hier ein Loch? Oh, Puderzucker. Mh, es sieht so lecker aus, Freunde. Sagt man nicht, ne? Warum ist hier ein Loch? Sie spielt auf einem Donut und sie fragt ernsthaft, warum hier ein Loch ist. Kommentieren wir das bestimmt. Bitte einfach nicht, okay? Wer hat das Loch in den Donut gemacht? Ah, wohin? 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 Oh, hast du richtig geiles Kaffeegebäck. Oh, Leute. Kennt ihr dieses Buttergebäck hier? Nein, 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 nein. Das ist geil. Wow, was ist das für eine Stelle? Alter, das gibt es ja nicht. Vom Buttergebäck abgelenkt. Na gut. Dafür haben sie hier den Keks jetzt gleich besiegt. Wow. Jetzt kommt ja auch noch so eine Ecke mit am Start. Gibt es ja nicht. Gibt es ja nicht. Gibt es ja nicht. Auf jeden Fall leveltechnisch doch spannend. Also dieses Bonbon kann beschleunigen. Was machst du denn, wenn du zu fett bist, um da durchzukommen? Ich weiß es nicht. So, pass auf. Ich werde jetzt mal hier durch die Mitte durch, aber irgendwas hat mich von hinten... Ah, sind es sie. Darf ich nicht gegen diese Rollen kommen? Oh, die sind mit Schokolade gefüllt. Habt ihr gesehen? Geil. Und ich habe richtig wenig bis jetzt das eingesammelt. Kommt. Komm, in die 50. In die 50. Als erstes. Schnell, 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 schnell. Yes! Meins, 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 meins. Er stimuliert ja einfach mal so eine ganze Torte auf einmal weg, ne? Aber 85 war jetzt echt nicht gut, ne? Oh, was ist denn das? Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Also, wir müssen Kisten zerstören. Es sieht alles so farbgleich aus, oder? Ich sehe überhaupt keinen Unterschied, wo hier Kiste ist, was hier oben und unten ist. Boah, das sieht aus wie Pistazien und Nüsse und sowas, ne? Oh, Leute, ich kriege Hunger. Ich will das Essen jetzt. Nintendo ist echt fies, ne? Warum bringen die so ein Game raus, was so lecker aussieht? Watlini, watneid. So, jetzt haben wir das Ding irgendwie, einer klaut uns hier die ganzen weg. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir das... Oh, das sieht so ein bisschen der Geburtstagstraute aus. Oh, ist das lecker. Ist das lecker? Meine Erdbeeren. Diese Kekse regen einen ja echt auf, ne? Aber die sind natürlich geil gemacht. So als, hier kommst du nicht weiter. Bemühe dich. Oh, das waren auch so leckeren Kakaokekse, Alter, oder? Ich liebe Süßigkeiten. Ich liebe einfach Süßigkeiten. Oh, 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 kriege ich nicht hin. Nein, kriege ich nicht hin. Ah, jetzt hänge ich an der Kerze fest. Blaubeere. Yes. Oh, kriegen wir die 50? Aber wenn, dann knapp. Wenn, dann knapp. Boah, sehr knapp. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich immer noch zu langsam. Ich würde es mich schneller wünschen. Ist okay, aber nicht das Beste. So, also, Battle Royale gewinnen. Eine Minute zehn. Boah, nö. Und gleich 30 Erdbeeren. Warte, hab dich besiegt. Heizbaul. Nix. Ich war jetzt nicht. Ich bin das Donatrat. Boah, kommt hier jetzt schon wieder Schokolade runter? Wo bin ich denn schon wieder? Ach, nö. Pass auf, jetzt kommt diese hässliche Grillzange. Was ist denn das hier? Alter. Mann. Ich bin Stein. Das ist ja... So. Ich kämpfe ums Überleben, ne. Ich kämpfe einfach ums Überleben. Ach. Ich kämpfe ums Überleben. Ach, verdammt. Wo bin ich? Ich bin schon wieder besiegt. Scheiße. Ich sehe überhaupt nichts. Was ist das für ein Chaos? Nein, die Grillzange hat mich. Legt hier irgendjemand doch durch? Nein, nicht schon wieder. Oh. Fast schon wieder runtergefallen, ne. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Hilfe. Mach's für die Geburt. Oh, ich bin noch nicht mal im Ansatz die dickste. Was sagen wir denn dazu? Ich bin, glaube ich, die dritte oder die vierte. Zweite. Aber alle sehr, sehr dicht beieinander, ne. Und ich find's auch geil, wie schnell er Diät machen kann. So, Burger braun erhalten. Genießen wir dieses tauberhafte Burger braun. So, Gruß aus der Küche. Krämer Magolor. Also, ähm, wir werden vielleicht uns zum Abschluss jetzt nochmal in ein Online-Game reinwagen. Vielleicht werden wir vorneweg einfach nochmal gucken, ob wir uns ein wenig angemessen anziehen. Aber wir haben tatsächlich noch gar nicht so viel an Kostümen. Aber den Burger, den mag ich halt nicht. Ich find die Schlagsahne tatsächlich hübscher. Okay, dann werden wir nochmal als Schlagsahne-Kirby in ein Online-Match reinsteigen. Ladies and Gentlemen, zum Abschluss. Ich habe Angst. Also, ich habe Angst. Es kann ja nicht schlimmer werden, als es vorhin schon der Fall war. Ich bin halt keine Spieler. Wenn wir wieder mit diesem Chef zusammenspielen, oder Chefe, oder wie auch immer er hieß, dann wird's ja wild. Wir haben ja zumindest zur Abwechslung mal irgendwie, dass wir hier doch länger auf den Gegner warten müssen und suchen müssen, ne. Gibt keine. Pass auf, ich gehe nochmal raus. Oh, oh, das hat sich jetzt aufgehangen. Ich komm auch nicht zurück. Ja, ein oder mehrere Konsolen antworten nicht. Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Das hätte ich jetzt fast vermutet. Aber nur fast. Hat mir nämlich tatsächlich ein bisschen zu lange gedauert. Und wenn's dann nicht klappt, dann soll's nicht sein. Dann soll's einfach nicht sein. Am Internet liegt's definitiv nicht. Ich wurde gemeldet. Rausgebobbt. Okay, Freunde. So. Auch das wollte ich ja natürlich mit so einem Let's Play zeigen. Wie läuft das? Wie funktioniert das mit dem Online-Spiel? Es hat jetzt in drei Versuchen online zu spielen. Beim ersten geklappt, bei den anderen nicht. Bei den anderen stürzt gefühlt gleich meine ganze Konsole mit ab. Ich komm schon wieder nicht raus, ne. Ich drücke B. Nix passiert. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt der Klassiker ist, dass es einfach ein bisschen überrannt und überlastet ist. Das haben wir ja gerne mal bei irgendwelchen Online-Spielen. Weshalb... Wir machen jetzt mal pikant vielleicht. Weshalb ich das genau ganz gerne auch mal austesten will. Genauso eine Online-Funktion. Und weil das doch durchaus sein kann, wir haben es jetzt 20.50 Uhr... Ähm... Uh, Käse-Fondue. Pudding à la Mott. Ähm... Dass genau so eine Server dann einfach extremst überlastet sind. Ich weiß nicht. Wonach sieht das für euch aus? So, also wir sind noch nicht auf dem Käse-Fondue. Aber das sieht aus... Na, schmeck. Und Ananas. Und jetzt bin ich mal schneller. Ah, guck mal. Guck mal, guck mal. In dem Level sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller. Aha, aha, aha. Das, finde ich, ist doch schon eher eine Geschwindigkeit, die mir zusagt. Ein bisschen. Oh, 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 geil. Oh, Burger. Ich lieb's. Aber was macht hier die, die, ähm... Die Beere. Und die Sahne. Auf Burger. Uh. Wok? Pfanne? Irgendwas? Ach, mobb mich doch nicht weg. Es sieht so lecker aus, Freunde. Oh, Mann, ist das geil. Oh, Avocados. Avocados. Oh, ist das geil. Nur, das wäre mir jetzt zu sehr gemischt zwischen herzhaft und süß. Aber ich meine, das ist klar. Das sieht natürlich sehr, sehr lecker aus mit dem Burger-Turm. Aber... Och, die kommen viel zu langsam hier an, ne? Aber... Ach, ist da auch zwischendurch immer noch mal Sahne und Erdbeeren. Ist so ein bisschen Schwangerschaftsanlehrung. So, ich war jetzt deutlich schlechter schon wieder. Ist die fallenden Erdbeeren. Das kriegen wir hin. Ist eine sehr herzhafte Runde, oder? Oh, Spargel. Wah, scheiße. Und ich gehe auch immer noch drauf zu, weil ich denke so, oh, großer Schatten. Haben will. Okay. Okay. Ja, war okay. War jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber hier. CPU 2, Alter. Was da läuft. Bei dir. So, Freunde. Oh, wir sind auf den Donuts. Die Runde hatten wir schon mal. Also, ich finde es wirklich gut, dass wir hier verschiedene Level haben. Wobei ich auch immer noch so ein bisschen im Unklaren bin, halt, wie viele es insgesamt gibt, ne? So, das Level fand ich tatsächlich doch ein bisschen anspruchsvoller mit den Donuts. Das mochte ich. Alter, mobbe ich doch nicht vor der Strecke. Ist zwar nur das Spielprinzip, aber lass es sein. So, sonst mobbe ich dich weg. Wah. Karma nennt man das. Das sieht so lecker aus. Aber ist auch echt fies gemacht hier mit den Hürden, ne? So, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu umgehen, weil ich glaube, man ist gar nicht unbedingt so unbedingt im Vorteil, wenn man dem Ganzen hinterherjagt. So, ich bin immer noch auf dem zweiten Platz nur und ich glaube, das werde ich jetzt nicht so ganz machen. Uh. Ah, verdammt. Ich hänge an den Schokorollen. Schneller, schneller. Nein! Oh, nee, da ist auch schon jemand. Oh Gott, nein. Ich kriege gar nichts ab. Keine Erdbeeren mehr für mich. Keine Erdbeeren mehr für mich. Äh, Diät. Uh, was ist das für ein geiler Pudding. Ah, ah, sind wir jetzt alle gegeneinander? Ah, pff. Uh. Na, direkt an der beschissensten Stelle? Ich konnte mich nicht bewegen. Toll. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Hat die Gabel versucht, mich gerade aufzuspießen? Nein, die Gabel nimmt Waffel weg. Das gibt's ja nicht. Was ist da jetzt los? Warum? 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 Dieser Igel ist total hinderlich. Ich kann mich damit überhaupt nicht bewegen. Ah, ich kann mich festkrallen, damit heißt das übersetzt. Wir werden jetzt bestimmt gleich auf eine Seite festgenagelt werden, weil die Gabel saved gleich nochmal ein Stück Waffel klauen wird. Ah, ich bin richtig schlecht, ne? Ich bin richtig schlecht. Aber die Ecke geht es tatsächlich gerade ziemlich gut. Ach, war gut. Wow, was ist das für eine krasse Welle? Das gibt's doch nicht. Nein, 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 nein. Wow, hier ist gut. Hier ist gut, 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 hier ist gut. Jetzt darf nichts passieren. Jetzt kommt's auf die Boni drauf an. Boah, das sieht voll ausgeglichen aus, ne? Meister stapeln mit fünf Erdbeeren. Am längsten geschwebt. Ah, ich glaube nicht. Oh, hinten der blaue war ja extrem traurig. Ich bin schon wieder noch auf dem zweiten Platz. Ich wollte doch die Dickste werden. Was ist das? Uh, Kirby-Torte. Du kannst jetzt Minispiele im folgenden Level spielen. Kirby-Torte. Geil, das heißt also, man schaltet auch ein paar Strecken frei. Das finde ich gut. Glitzerstern erhalten. Oh. Es sieht einfach so lecker aus. Es sieht so, so, so lecker aus. Wir werden, glaube ich, gleich ein bisschen unsere Torte noch schnell dekorieren. Und einfach alles ran klatschen, was wir haben. Es wird zwar bald nicht mehr viel ranpassen. So, ladies and gentlemen. Ich lieb's. Unsere Torte ist ein bisschen voll. Aber ich lieb's. Und wie das Ganze weitergeht, das werden wir das nächste Mal herausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid. Und bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig fertig dabei. Und bis dahin, genießt den Tag.